Ist aufgestiegen in die erste Liga nach 28 Jahren, kehren Sie also ins Bundesliga-Oberhaus zurück und wie von Sky sagen, herzlichen Glückwunsch und schauen Sie mal auf diese Bilder. Wir haben Tränen beobachtet bei Thorsten Lieberknecht und auch bei einigen Spielern, also hier in Ingolstadt geht es wirklich gerade drunter und drüber. Bierduschen gab es natürlich auch schon und genau, ein T-Shirt hat man auch schon vorbereitet, liebe Zuschauer. Schauen Sie mal von wegen, man war nicht vorbereitet. Ihr Schweine, das kriegen Sie alles zurück. Ich musste mal kurz pflichten. Also Champagner und Bier, eine ganz leckere Mischung. So, ich glaube wir schalten jetzt erstmal nach Braunschweig zum Kollegen Jurek Rohrberg. Jurek, bist du denn noch trocken? Ich bin noch trocken, aber das glaube ich bleibt nicht mehr lange. Hier ist eine riesen Stimmung. Keiner hatte davon eigentlich mehr. Keiner ist eigentlich mehr davon ausgegangen, dass das Ding heute noch gewuppt wird. Und jetzt ist eine Megasause angesagt. Man kann, und das bin ich mir ganz sicher, heute Abend von einer riesengroßen Party sprechen. Heute Abend wird Hochkonjunktur herrschen in allen Bars. Und so kriegt die erste Liga in Braunschweig. Oh, wie ist das schön. So was hat man angelegt. Ja, wunderbar. Also bitte der Kollege soll jetzt auch eine Bierdusche bekommen. So, ich drehe mich nochmal um. Also die Fans da vorne mit ihren Spielern. Sie feiern gemeinsam den Aufstieg. Es wurden, wie gesagt, schon einige Tränen verdrückt. Und ja, Alkohol war auch schon im Spiel.